Das ist der Befehl. Und weißt du, wo Leto ist? Irgendwo auf der anderen Seite. Wir haben Spuren gefunden, aber dann hat uns der Nebel überrascht. Wir haben uns verirrt und sind hier gelandet. Okay, scheinbar weiß, Hänsel von Leto. Ich empfehle, dass ihr euch den Rebellen ergebt. So etwas habe ich noch nie getan. Ich bin Adam Pangrad. Man nennt mich auch Adieu. Hier haltet ihr nicht lange durch. Die hängen uns auf. Sie wissen, dass wir Hänsels Männer sind. Meldet euch bei Cecil Burden. Er wird euch anständig behandeln. Aber rechnet lieber nicht damit, dass er Hänselt überbietet. Hört ihr Männer? Wir ziehen zur Drachentöterin. Der Hexer meint, wir kommen da heil raus. Verwundete eingesammelt, Ärsche zusammengekniffen. Abmarsch! Das ist mal eine Ansage. So. Nimm das Band von Triss, der Trollin. Pechstraat. Äh, hier. Da ist die Trollin. Triss Band haben wir gefunden. Gib Triss Band. Philippa Eilhardt. Was haben wir denn da noch? Da ist doch noch eine Höhle. Kann man da nicht mehr rein, oder was? Ah, ne. Hier ist gar nichts. Und da auch nicht. Oh, ich dachte, hier wäre noch eine Höhle. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt den ganzen weiten Weg zu Philippa Eilhardt wieder zurückrennen. Also machen wir das doch. Jetzt, ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht in jeder Ecke hier von Harpien wieder angegriffen werden. Das würde mich ein bisschen nerven. Da hätte ich jetzt nämlich keinen Bock mehr zu. Wir suchen in jedem The Witcher-Spiel einen Hexer. Das ist irgendwie... In The Witcher 1 haben wir nach Beringar gesucht. In The Witcher 2 jetzt nach Leto. Gut, Beringar war nicht unbedingt unser Feind. Leto ist es. Wir müssen nach... Rechts, ja. Aber wir suchen mal wieder nach einem Hexer. Gut, die Sache mit Beringar in The Witcher 1, das war... Naja, schon so ein bisschen Nebenquest, kann man sagen. Leto ist ja Hauptquest. Das ist ja das Wichtigste hier. Den wollen wir ja töten, dass jeder weiß, dass wir... Oh komm, wir nehmen hier mal das Zeug mit. Dass wir nicht der Mörder von König Voltest waren. Das hatte mich nochmal... Sag ich hier mal gerade nochmal. Das hatte mich extrem überrascht. Dass wir da König Voltest... Äh, Quatsch. Dass König Voltest da gestorben ist. Dieser Troll war super mit seiner Suppe hier. Da können wir noch Licht ausmachen. Komm, dann machen wir mal... Versalzen wir mal gerade dem seine Suppe hier. So, gut, der kann sie eh nicht mehr essen. Und da kommt wieder dieser komische... Für mich super gruselige, äh... Totempfahl. Naja, so ein bisschen Totempfahl. Bisschen Statue. Wir speichern mal gerade wieder. Und so, und jetzt laufen wir mal wieder zurück. Durch dieses schöne Tor, wo sie ja hier die Tür ausgehängt haben. Und jetzt lädt das Spiel erstmal wieder die Umgebung. Das kennen wir ja schon. Das kam ja jetzt schon zigtausendmal an dieser Stelle. Gut, ich glaube dreimal oder so. Aber auch egal. Und dann geht's weiter. Wieder an der... Und man hat wieder an der Sexelf hin vorbei. Und dann sind wir jetzt auch schon eh wieder in Werken. Schon episch, dieser Eingang. Das muss man sagen. Nicht schlecht. Oh, das darfst du mir doch gerade aufgefallen. So. Dann gehen wir mal wieder zu Triss... Äh, Quatsch. Philippa Eilhardt. Zu Triss Eilhardt, ja klar. Und mal gucken, wie wir... Ob wir... Ja. Wie wir da jetzt zu Triss kommen. Ob das auch alles funktioniert. Mit diesem Gegenstand von Triss. Wir wären jetzt aufgeschmissen gewesen, wenn die Trollin kein... Ich bin unentschlossen. Ja, ein Gegenstand von Triss gehabt hätte. Aber hatte sie. Zum Glück. So. Wo ist sie? Jetzt vibriert wieder das Hexamulett. Komm. Schlag aus, Hexamulett. Aber dann eben nicht. Willst du über etwas reden? Ja, über Triss. Ich habe das Band von Triss. Konntest du etwas herausfinden? Triss war hier. Leto hat sie zum Teleport gezwungen. Warum? Es gibt einfachere Reisemethoden. Zwei von Letos Kumpanen hielten sich bei den Scoia-Tel versteckt. Vermutlich die, die für Demavents Tod verantwortlich sind. Als in Flotsam ruchbar wurde, dass der Königsmörder Jorvet beseitigen wollte, hat der befohlen, Letos Kumpanen den Garaus zu machen. Leto musste das Kommando also vor den Elfen erreichen. Und dazu war der Teleport die einzige Möglichkeit. Ich verstehe. Triss wollte zu mir, hat mich aber verfehlt. Sie ist in den Schluchten gelandet. Was geschah weiter? Leto hat sie verwundet zurückgelassen. Hat wohl gemeint, sie wäre eine feine Abwechslung im Trollmenü. Er ist zu den Elfen gegangen und hat mit seinen Kumpanen das Kommando ausgelöscht. Sie sind irgendwo jenseits des Nebels. Und Triss? Ist dem Troll entkommen. Alles deutet darauf hin, dass sie nicht weit von hier ist. Ich versichere dir, in Wergen ist sie nicht. Sie muss irgendwo hier sein. Finde sie. Ich versuch's. Brauche aber ein bisschen Zeit. Was hast du sonst noch erfahren? Ähm, sollen wir dir das jetzt sagen oder nicht? Ich glaube, wir sagen dir, dass man nicht, dass Sheila befohlen hat, Leto und Triss zu töten. Ähm, weil das Hexe-Ambulett ja immer vibriert. Deswegen, wenn wir die sehen, deswegen lasse ich das jetzt mal. Sag dir das nicht. Nichts von Belang. Gelogen. Da ist noch was. Wühl nicht in meinem Kopf herum. Verzeihung. Keine Absicht. In ein paar Stunden weiß ich, was mit Triss ist. Was ist denn da los? Sehen wir nach. Hä, also ich hab nix gehört. Okay. Was ist hier los? Die Bauern wollen den Sohn von König Demavent auf ihren Forken sehen. Weshalb? Einem Diener zufolge hat Stenis Saskia vergiftet. Die Bauern sind wie wild deswegen. Der reinste Lünchmob. Wo ist denn der Fürst? Hat sich in seinem Gemach verbarrikadiert. Der Adel bewacht ihn. Vorläufig haben die Bauern noch zu viel Respekt, aber der Wahn greift weiter um sich. Es kann jeden Moment zum Schlimmsten kommen. Bitte helft uns, die Sache ist ernst. Ich informiere derweil die übrigen Adligen. Ah, da bekommen wir jetzt wahrscheinlich Blut. Endlich mal. Blut eines Adligen. Hunde knurren Katzen an, Katzen fauchen Hunde an. Adlige und Bauern sind genauso. Spar dir die Vergleiche aus dem Tierreich und kümmere dich darum. Ich versuche inzwischen Triss zu finden. Und denk dran, falls Stenis etwas zustoßen sollte, wir brauchen sein Blut. Das vergesse ich schon nicht. Gut, ähm, meine Freunde. Das war es jetzt erstmal wieder mit Let's Play The Witcher 2. Ich werde jetzt noch gerade ein bisschen Zeug verkaufen bei dem guten Zwerg hier. Das werde ich euch allerdings nicht mehr zeigen. Ähm, und, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.